Yo Leute was geht Wynos, wir haben wieder Freestyle Commentary und heute bin wir echt bisschen schnell, ne Scherz. Und erst und vor allem aus dem Gameplay zu sehen was mit SKH das Gameplay ist schon alt, also von einem Spiel natürlich unterliegt. Das ist ähm schon alt und ähm jetzt mit dem Spiel unterliegt. Genau, aber das heißt wenn du mit SKH spielst, ist es noch einigermaßen Spiel, obwohl ich mir das eigentlich ein bisschen losgehe, wenn man mit SKH spieler nix kann. Allgemein mit SKH unter einstürmer, also das ist nur Schwitzerwaffen, deswegen hab ich auch so gut wie kein Zeodem hier. Und ja heute möchte ich auch ein bisschen über meinen Upload oder so Uploadplan reden. Und zwar werde ich jetzt über Pokémon hochladen und mal am Zug zu COD-Commentaries oder wenn ich noch wache auf irgendwelche Spiele. Also macht euch da auch etwas gefasst. Und ja wir haben 24 Abos oder jetzt gesagt mehr oder weniger, weiß nicht ob ihr das zu oder abnimmt. Das ist bei mir immer so, ob ich ein Video drehe, nehm ihr Map oder zu. Und ja ich glaub das war irgendwas mit deinem Nukleer Haar, irgendwas auf PS3, da könnt ihr mit euch auch gerne adden, wie ich heiße das Impuls Vinox und so. Ja. Und ich designe jetzt auch für einen Clan zum Beispiel, wenn ich jetzt einigermaßen designe. Das heißt ich habe erst für Unfair Nation designt. Ähm ja dann hab ich für ein paar andere Designs. Das heißt aber ich kann euch die besten designt, falls ihr einen Banner oder so wollt, könnt ihr euch bei mir melden. Und wenn ihr es bekommt, weiß ich nicht, weiß ich nicht von meiner zeitlichen Lage ab. Und ich würde das Gameplay vielleicht zu Ende laufen lassen, da Musik hinter tun. Und ich würde sagen, lasst mir ein Like und ein Abo, da falls ihr Fragen habt. Ich habe es gestellt. Seht ihr natürlich gerne in die Comments. Wenn nicht, dann nicht. Lasst mir einen Dislike oder einen Like da. Ist mir auch egal. Schaut beim nächsten Video wieder vorbei. Ich ist gerade morgens und ich nehme diesen scheiß Kommentar auf. Ich habe mich noch nicht die ganze Nacht im Live-Stream hineingepfiffen, ne. Und ich würde sagen, haute raus, euer Weining. Es lasst mir gleich in der Word auch Bewertungen, wenn es geht. Und ich würde sagen, haute raus, euer Weining. Schon zum dritten Mal. Und ja, tschau. Nothing complaining. Ich bei einer langen possibilität voist Ali bei der Behindöden. Ja, tschau. Working Can I-ぎ-ge- YouTube ist Bad und光. Ich frisch. Ich kann jetzt meinen, in tief in die Ingen块 zu planen. K dir ein sheddesignal. Ichем keinen lassen, über dich wäre er das Rudenziauch. Funktionärchen voran. Das ist der Nächste.